Mit Jugendlichen aus Frohburg und der Dinderoberschule Borna starteten am 4. Mai 2019 die Jugendweihefeiern im Borna-Stadtkulturhaus. Jugendweihefeiern gibt es in Deutschland seit mehr als 160 Jahren. Bei diesem schönen Ritual begehen die Jugendlichen symbolisch den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden. An diesem besonderen Tag stehen sie ganz im Mittelpunkt, zum Stolz ihrer Eltern und geehrt von der Familie sowie der Gesellschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017